Eines meiner damaligen Lieblingsvideos war das Doppelfahrsilo meines Kumpels Hauke Helmers. Mit viel eigener Technik, jedoch auch Unterstützung durch ein anliegendes Unternehmen, wurde die Maisernte angegangen und zwei sauber geformte, riesige Biogasanlagenhaufen geformt. Eines meiner damaligen Lieblingsvideos war das Doppelfahrsilo. Eines meiner damaligen Lieblingsvideos war das Doppelfahrsilo. Eines meiner damaligen Lieblingsvideos war das Doppelfahrsilo. Vielen Dank.